Servus und hallo, mein Name ist Markus Gebhardt, ich bin Professor für Lernbehindertenpädagogik an der Universität Regensburg und heute geht es um den programmierten Unterricht. Das war eine wichtige und ist eine wichtige Didaktikform, die so in der Extremform heute vielleicht nicht mehr angewendet wird, aber viele Grundgedanken und Ideen sind auch heute noch in Lern-Apps oder anderen Punkten enthalten und dahergehend wollte ich mit Ihnen dieses Grundlagenwerk einmal besprechen. Ich nehme dabei ein Originalwerk der damaligen Zeit, um Ihnen auch die Umstände, welche Ideen man damals hatte, welche Lernkonzepte man damals hatte und welche Vorstellungen über man Behinderung vor allem hat, mit Ihnen zu reflektieren. Sie können dieses Werk, was ich durchgehe, von Karl-Josef Klauer in der Bibliothek finden und ausleihen über Fernleihe, das dürfte gar kein Problem sein. Ich habe Ihnen wesentliche Seiten kurz eingescannt und bespreche anhand der Thesen von Karl-Josef Klauer und seinen Argumenten auch, wie das wirkt in der heutigen Zeit. Das Buch heißt Programmierter Unterricht in der Sonderschule von Karl-Josef Klauer und erschien 1964. Dieses Buch ist also damit schon fast 60 Jahre alt und ist aber in gewissen Punkten noch erstaunlich aktuell. Karl-Josef Klauer geht also auf den programmierten Unterricht ein, sagt, es ist eine pädagogische Neuerung, die aber sozusagen vielfältige Möglichkeiten hat und neben zahlreichen Anregungen für die einzelnen Sonderschularten relativ viele Hinweise für die praktische Programmierung bietet. Und es geht eben darum, ein perfekt abgestimmtes, untersuchtes Lernportfolio zu haben, das möglichst feingliedrig hintereinander ist und von Erfolg zu Erfolg führt. Das ist die Idee, dass der Schüler selbsttätig diese Unterrichtsformen hat. Zurückgreifend ist die Theorie hier der operationale Behaviorismus. Hier geht es vor allem um den Erfolg, um die Belohnung. Also es gibt einen Reizreaktionsmechanismus bei der Idee von Skinner und die wird sozusagen übertragen in den programmierten Unterricht. Ein wesentlicher Bestandteil der Theorie war ja, dass Bestrafung an sich nicht so wirksam ist. Das war ja die damals vorherrschende Art in der Pädagogik der damaligen Schulzeit und der Erfolg wurde eigentlich gar nicht so stark gewürdigt. Negativ würde man aus heutiger Zeit vielleicht sagen, mir fehlt irgendwie so die kognitiven Elemente, die waren in der damaligen Zeit nicht so stark ausgeprägt, sondern es ging eher mehr um einen Reizreaktionsmechanismen. Die wurden aber auch damals schon kritisiert. Drum schreibt hier Klauer auch sehr schön, dass selbst wenn man die Theorie für falsch erachtet, kann davon aber keine Rede sein, weil nicht alle Ideen jetzt unbedingt in das praktische Konzept programmierter Unterricht übernommen wurden. Da wurden die auch angepasst und er behauptet, der programmierte Unterricht ist heute ein didaktisches Konzept, 1964 wohlgemerkt, welches von allen Lerntheorien anerkannt wird, wenngleich man schwerpunktmäßig die eine oder andere Technik aus theoretischen Gründen bevorzugt. Ein weiterer wichtiger Bestandteil des programmierten Unterrichts ist die Idee, dass es also um Maschinen, um elektronische Unterstützung geht, daher auch der Name Programmierung und daher baut es auf die Kybernetik auf. Das war ein Vorläufer oder ist der Vorläufer der modernen Informatik und damals ging es schon eben um die Frage, wie funktionieren Rückkopplungen, wie sendet man, was ist ein Soll, was ist ein Ist und das betont Klauer, hier ist der wichtige Aspekt für den programmierten Unterricht. Die Kybernetik ging dann auch weiter dahin, dass sie gefragt hat, was sind eigentlich Systeme, was ist ein selbstreferenzielles System, also wie sozusagen ist das System alleine und kann das System alleine denken, daher so auch die neueren aktiven Lernvorstellungen bauen auch auf der Systemtheorie auf und hat ihre Vorläufe in der Kybernetik. Die sind hier aber in dem Fall nicht mit einbezogen, das muss man ganz klar sagen. Dann hier noch ein Argument, das ich Ihnen auch noch nicht vorenthalten wollte, ist, dass Klauer hier auch Maria Montessori mit einbezieht. Da muss man sich dann schon fragen, in heutiger Zeit würden wir jetzt programmierter Unterricht auf der einen Ecke verordnen mit stark strukturiert, Stufe für Stufe hintereinander, ein klares Lernkonzept und Maria Montessori eher als reformorientiert, also sprich, hilf mir es selbst zu tun und man darf viele freie, selbstständige Dinge tun. Wir würden es also unterschiedlicher einordnen. Das tut er aber nicht. Er sagt, das ist sehr gleich. Warum? Weil es zum ersten Mal in der damaligen Zeit so war, dass es hier um strukturierte Lernkonzepte geht, mit Material, die aufeinander aufbauen und sowohl programmierter Unterricht baut sehr strukturiert auf, sehr im Detail und Maria Montessori hat genau das ja auch gemacht und hat ja auch mit schwachsinnigen, hier sehen Sie das Wort, oder schwachsinnigen Kindern geforscht. Das sind dann also die Vorläufer der späteren Lernbehinderung oder unserem Förderschwerpunkt Lernen. Sie wissen, Schwachsinn war in der damaligen Vorstellung nicht heilbar und an der Seele der Person begrenzt. Das ist sozusagen der Unterschied zum heutigen Konzept. Also wenn ich einmal als Schwachsinn definiert bin, kann ich das auch nicht ändern, so die damalige Vorstellung. Ich kann es kompensieren, ich kann remediale Strukturen angehen, um sozusagen das zu kompensieren, aber mehr auch nicht. Dann zeigt Klauer in seinem nächsten Abschnitt dieses Buches nochmal, wie stark oder eng das Ganze vorgeht. Mit Diskriminieren ist immer ein Unterschied, also zwischen Bildern. Das sind also sehr basale Vorstellungen vom Lernen, genauso wie generalisieren. Es also darum geht, gemeinsame Merkmale herausgehoben werden und Ähnlichkeiten festgestellt werden. Und so baut er das auf. Ich gehe aber jetzt hier einen Sprung weiter und führe das direkt auf die Mathe-Ebene, wo das sehr schön dargestellt ist. Also es geht wirklich darum, im programmierten Unterricht ganz, ganz enge Momente zu haben und sozusagen nur das Richtige sich reinzuprägen. Und damit ist es maximal strukturiert, maximal eng. Und alle durchlaufen diesen einen Lerndurchgang. Man kann abkürzen, er schreibt später was von Adaptivität, aber die meisten in der Praxis stehenden Werke, die auch vor allem auf Paper-Pencil-weise waren, da war nichts zur Adaptivität. Das können Sie sich auch in der Bibliothek einfach mal anschauen, solche Lehrgänge. Das ist dann sehr interessant und sehr erhellend. Sondern es geht eben darum, dass man hier sehr strukturiert die verschiedenen Elemente einfügt oder darstellt in verschiedener Weise und dann eben zum Beispiel hier unten solche Darstellungen hat, die alle richtig sind, wo man sich dann automatisch das Ganze einprägt. Und wenn man sich jetzt auch heute Schulbücher anschaut, dann haben die zwar eine andere Lerntheorie meistens zugrunde, aber diese Idee des Einprägens, des Übens, des Wiederholens, das kommt wirklich vom programmierten Unterricht. Und auch zum Beispiel diese Darstellung hier, ich lese einfach mal vor, später würde den Kindern für eine Serie mit der Zahl 5 nur ein Zahlbild angeboten werden, welches die Kinder sich nach Bedarf selbst strukturieren können. Also da war relativ wenig Auswahl, aber auch so heute sind diese Übungen in der Form noch da und sie sind eben wiederholend, damit man es auch lernt. Und das ist sozusagen das Kernkonzept des programmierten Unterrichts, dass die Übungen, wir würden vielleicht zum Teil auch stupide sagen, aber sie sind halt maximal kleinschrittig. Und für Kinder mit Lernschwierigkeiten ist es zum Teil auch sehr gut, maximal kleinschrittig zu sein und ähnlich wie einem Test im Endeffekt schon wirklich eindimensional die Aufgaben anhand eines kleinen Merkmals zu verändern. In der heutigen Form sind die Bücher aber so, dass die Abstände zwischen den Aufgaben größer sind, dass es viel mehr Anregungen gibt, auch aus verschiedenen Elementen. Das war sozusagen da nicht, sondern es wurde eigentlich eher die Aufgaben konstruiert, wie man heute psychologische Tests konstruieren würde. Und das beschreibt Klauer hier wunderbar in diesem Werk und geht da sehr genau darauf ein. Hier dieses Element wollte ich dann betonen, wie denn genau die Automaten, er redet ja nicht von Computern der damaligen Zeit. Da hießen sie noch Automaten. Computer waren damals noch Personen, die wirklich gerechnet haben, meistens Frauen, die für NASA oder für Berechnungszentren wirklich am Schreibtisch saßen und komplizierte Rechnungen gemacht haben. Das waren Computer. Das, wovon er redet, waren elektronische Automaten. Hierbei handelt es sich um automatische Anlagen, welches das Programm nicht nur einfach darbieten, sondern in der Lage sind, die Leistungen des Schülers zu registrieren und danach das Programm individuell zu verändern. Da würden wir heute sagen, das ist ja Wahnsinn, das ist ja genau dieselbe Vorstellung, die wir ja auch hätten von einer KI oder Machine Learning oder irgendwas anderem Neuen, dass also das Programm die Fähigkeit hat, den Iststand des Schülers genau zu schätzen und die richtigen Aufgaben weiterzugeben. Es handelt sich also um elektronische Rechenanlagen, Millionenprojekte, welche für jeden Lehrstoff programmiert werden können, sofern die erforderlichen Eingabe- und Ausgabenvorrichtungen gegeben sind. Für den Bereich der Sonderschulpädagogik dürften allenfalls einige spezielle Geräte im Rahmen des Möglichen liegen. Hierzu gehören zum Beispiel auf Berufsschulebene Geräte zur Einschulung auf Büromaschinen, Tabelliermaschinen, Schreibmaschinen, etwa nach Art der Maschine von PASC. Interessante Möglichkeiten öffnen sich für die Artikulationstherapie, wenn das Problem der automatischen Spracherkennung gelöst wird. Wobei, wie Frank 1963 und andere zeigen könnten, auch Teillösungen für umschriebene Zwecke, etwa für die Taubstummenunterricht oder die Sigmatismusbehandlung durchaus brauchbar sein könnten. Also auch hier wurden schon Dinge 1964 gefördert, wo ich sagen muss, also wenn ich aktuell in eine Schule gehe, bin ich schon wunderbar froh, wenn der Iststand und eine Statusdiagnostik da ist, ich einen guten Förderplan finde und dann ein Mensch sozusagen diese Ideen der Förderplanung umgesetzt hat. Es gibt aktuell, soweit ich weiß, noch kein funktionierendes Programm, was flächendeckend im Einsatz ist. Es gibt natürlich Programme und es gibt auch gute Programme und es gibt auch gute Ideen von Wissenschaftlern und Programmierern und Praktikern, aber soweit ich weiß, flächendeckend jetzt im Einsatz ist das nicht. Von daher sind wir hier schon in einer sehr weiten utopischen Vorstellung, vor allem was eben diese automatisierten Anlagen und von der Adaptivität des Ganzen geht. Hier ist es jetzt eher so, dass im zweiten Element der standardisierte Lehrgang durchkommt. Standardisiert bedeutet auch wirklich, alle bekommen mehr oder weniger das gleiche. Der programmierte Unterricht bietet didaktisch optimal standardisierte Lehrgänge oder Lehrprogramme. Diese Programme sind für jeweils für eine bestimmte Schülergruppe entwickelt, sind also nicht ohne weiteres auf andere übertragbar. Das bedeutet also, ich habe ein Ziel, einen Lehrgang und da muss ich vorher entscheiden, passt das Kind oder passt es nicht und dann macht es dieses Programm durch. Und hier merken Sie auch, hier ist keine Adaptivität, hier ist eine Schiene, eine Linie. Insofern wird derselbe Lehrstoff verschieden programmiert, je nachdem ob es für Volksschüler oder Hilfsschüler ist, hier auch eine klare Unterscheidung, weil es sind ja verschiedene Leute, Gehörlose, Sehbehinderung, haben ja eine andere Diagnostik. Wenn ich eine andere Diagnostik habe, von der Logik her brauche ich auch ein anderes Programm. Ferner können die geeigneten Programmvermittler, Tonband für Blinde oder günstige Aufgabentypen für Körperbehinderte gewählt werden. Schließlich wird bei der Programmierentwicklung ein Lehrgang systematisch aufgebaut und bei der Standardisierung erprobt, bis die optimale Form gefunden ist. Hier müssen Sie wissen, Klauer, Sonderschullehrer, aber auch Begründer der pädagogischen Psychologie und wichtigster empirischer Forscher. Selber würde ich ihn jetzt nicht als Empiriker sehen, weil er kaum Untersuchungen in diesen Bereichen gemacht hat zur Schule, aber zur Intelligenz, zur Programmentwicklung hat er jede Menge Programme gemacht, die er auch evaluiert hat. Auch bis ins Jahr 2011 und 2014 sind die letzten Sachen erschienen, glaube ich, von ihm aktuell. Hier gibt er noch im zweiten Absatz ab, warum muss ich denn jetzt eigentlich so einen standardisierten Lehrgang machen, warum kann ich ihn nicht selber entwickeln? Im Endeffekt machen das hier in der heutigen Zeit vor allem auch Sonderschullehrer oder haben es immer gemacht, dass sie sehr strukturierte kleine Lehrpläne haben. Dagegen spricht aber Klauer, kein einzelner Lehrer, kann den Ablauf jedes einzelnen Schrittes so detailliert planen und selbst wenn er es könnte, kann er nicht jeden einzelnen Schritt vorher erproben. Das sorgfältige, entwickelte Programm muss aber, bevor es zum allgemeinen Gebrauch freigegeben wird, von einer repräsentativen Stichprobe seine Leistungsfähigkeit erweisen, wobei in den Sonderschulen ein höheres Erfolgskriterium ca. 95% zu fordern sein wird. Finde ich super, also damit sagt er im Endeffekt das, was man in der empirischen Wende 1990-2000-Pisa-Schock und auch jetzt aktuell immer noch fordert und was nicht in der Schule implementiert ist, also die meisten Lehrgänge, die wir da haben, sind nicht evidenzbasiert, sind theoretisch manchmal geprüft, aber nicht wirklich. Er fordert das 64% schon und interessant finde ich auch ein Erfolgskriterium von 95%, das finde ich jetzt schon echt hoch, also ich glaube nicht, dass das die meisten schaffen. Also muss man da mal schauen, aber er geht darauf noch weiter ein, aber das finde ich, also 95% bedeutet ja eben auch, dass nur 5% keinen oder eben einen stagnierenden Lernerfolg haben. Der programmierte Unterricht gewährleistet ein Höchstmaß an selbstbildender Aktivität jedes einzelnen Schülers. Frage ist, was versteht der unter Selbstbildnis? Also ist es wirklich der aktive, der aktive Lernbegriff im konstruktivistischen Sinne oder eher ein behavioristisches Verständnis von Lernen, also dass die Umwelt, die rege ich an und dann kommt es da irgendwie in die Blackbox im Kopf, ja oder nein? Muss man mal schauen. Geht er nicht darauf ein? Würde auch in dem Fall zu beiden passen. Ist eigen, dass der Schüler bei jedem Lerneinheit eine Aufgabe zu lösen oder eine Frage zu beantworten hat. Im traditionalen Unterricht, soweit er nicht Stillarbeit ist, kann immer nur ein Schüler antworten. Am aktivsten ist der Lehrer. Stimmt auch zur damaligen Zeit und ist auch heute noch ein Vorwurf gegenüber dem Frontalunterricht. Hier ist der Schüler aber dauernd selbstbildend tätig. Sogar in der Stillarbeit des herkömmlichen Unterrichts leistet der Schüler viel Unproduktives. Man denke etwa an den geistestötenden Abschreiben, der Päckchen im Rechnen. Also sozusagen, dass es viele unnütze Zeit auch im normalen Unterricht geht. Da wäre der programmierte Unterricht doch eine gute Lösung. Warum ist er eine gute Lösung? Das ist vor allem die unmittelbare Rückmeldung, die herkommt, die im normalen Unterricht so auf der Art nicht gegeben ist. Es wird verhindert, dass sich der Schüler etwas Falsches einprägt, weil er immer von der optimalen Präsentationsform der Lehrgang gewählt wird. Es wird verhindert, dass sich etwa der Schüler etwas Falsches einprägt oder bis man die Fehler überhaupt entdeckt. Der Lernpsychologen haben zweifelsfrei festgestellt, dass der Lernerfolg wesentlich von der Unmittelbarkeit der folgenden Rückmeldung abhängt. Also das ist eine der Kernideen des Bio-Virismus, dass die Rückmeldung sofort erfolgen muss. Und wenn es zu spät erfolgt, dann schaffe ich es nicht mehr, diese Rückmeldung auf diesen ursprünglichen Stimulus zu haben. Und das ist auf jeden Fall bei gewissen Elementen im Unterricht da. Beim kognitiven Lernen, natürlich, wenn der Lerner will, kann er es schon beziehen. Ich würde auch eher, dass bei Verhaltensänderungen und Störungen des Sozialverhaltens, da würde ich diese Unmittelbarität eher unterschreiben wie beim Lernen. Aber es war damals sozusagen das prägende Element der Theorie, muss man auch einfach sagen. Die unmittelbaren Erfolgsbestätigungen wirkten als eine Ermutigung und hebt das Anspruchsniveau und die aktuelle Leistungsmotivation. Dies ist besonders wichtig für die resignierten, entmutigten Schulversagen und Leistungsschwächen. Also die Theorie auch, die Klauer hier vertritt für Sonderschule und Lernbehinderung, ist dadurch, dass die Lehrgänge nicht klar genug strukturiert waren, dass sie nicht genau das kognitive Level dieser Personen getroffen haben. Dadurch entmutigen sie die Schüler und führen eben zu Lernversagen. Das ist sozusagen die Kernbotschaft des Ganzen hier. Weitere Aspekte, den ich sehr, sehr gut finde, ist Individualisierung. Auch ein Schlagwort, was wir immer noch nicht in den Schulen umgesetzt haben, muss man ja so sagen. Darauf geht er hier auch 1964 ein, wo das garantiert nicht der Fall war in den Schulen oder zumindest nicht in der überwiegenden Mehrheit. Wie gesagt, wurde der Irrtum anzunehmen, der programmierte Unterricht kenne nur die Einzelarbeit, wenngleich jedoch seine Domäne liegen dürfte. Zweierlei Hinsicht kann der programmierte Unterricht individualisieren, im Lerntempo und in der Lernentwicklung. Der Einsatz von Arbeitsmittelserien ließe sich bereits erkennen, dass der Schüler, selbst wenn die gleichen Serien durchlaufen müssen, sehr bald in der Leistung weit auseinander liegen, weil sie sehr unterschiedlich schnell voranschreiten. Der klassische Matthäus-Effekt, also schneller, cleverer Schüler geht schneller die Lernleiter hoch, während der langsame Schüler eben eben bleibt. Diese Vorstellung haben wir hier drin. Der Zwang der gleichmäßigen Voranschreiten kann sich vor allem auf behinderte Schüler schädlich auswirken. In allen Sonderschulen wird daher die Forderung nach individualisierten Unterricht erhoben und diese Forderung ließe sich nun durch den programmierten Unterricht wirklich befriedigen. Denn ich habe ja einen strukturierten Lerngang, der die unterschiedlichen Lerntempo, die ich ja annehmen muss in der Schule, auch wirklich erfüllt. Und das Gute ist, er ist standardisiert. Es gibt also alles und ist nach seiner Vorstellung auch in den wichtigen Kernfächern vorhanden. Es ist bekannt, dass das Lernprogramm auf die Leistungsentwicklung der Benutzer zugeschnitten ist. Es geht also um die Vermeidung von Überforderung, was er eben als wichtiges Merkmal für eben Lernschwierigkeiten definiert. Überforderungen werden also ausgeschlossen. Damit dies gewährleistet ist, muss die Wirksamkeit jedes einzelnen Programms nachgewiesen werden. Erfolgsquoten von 95 Prozent hat der traditionelle Unterricht auch in der Sonderschule bislang noch nicht vorzuweisen. Die Erfolgsquote der Allgemeinen Volksschule liegt zu seiner Zeit etwa bei 70 Prozent. Hier fehlt mir leider eine Quelle. Also ich würde sagen, es ist eine Behauptung. Und ich würde auch sagen, das trifft, wenn man die PISA-Ergebnisse oder auch die IGLO und PEARLS-Studien anschaut, dann haben wir immer so 20 Prozent Leute, die eben nicht erfolgreich sind im Lernen. Also wenn man so will, kann man sagen, die Schule ist zu 80 Prozent erfolgreich. Wenn ich aber jetzt sagen will, naja, ein Mindestmaß finde ich jetzt nicht erfolgreich, sondern ich erwarte eigentlich schon mehr, ja, dann ist es weniger wie 80 Prozent. Würde ich sagen, stimmt dann ungefähr mit 72 Prozent überein. Wenn man andere Studien anschaut, also fragt, wie viele Leute stagnieren eigentlich bei Kernkompetenzen in einer Klassenstufe in der Grundschule oder in der Sekundarstufe, also wie viele lernen denn überhaupt nichts, dann wären wir jetzt aktuell so bei circa 10 Prozent. Also auch da muss man dann sagen, seine Quote war ja 95 Prozent. Also diese 95 Prozent Quote, die er fordert sozusagen in der Form, haben wir jetzt noch nicht erreicht. Dann wichtiges nächstes Argument. Klauer ist ja 60er Jahre, da hat er vor allem das individuelle Bild von Behinderung. Dieser Unterricht hat eine Auslesefunktion zugunsten der besser Begabten. Nur weisen zahlreiche Untersuchungen darauf hin, dass die Variabilität der Leistung im programmierten Unterricht abnimmt. Das bedeutet, dass intelligentere Kinder werden also nicht mehr in dem gleichen Maß begünstigt und andere Faktoren spielen eine größere Rolle. Also wenn ich für alle einen guten strukturierten Unterricht annehme, dann macht IQ und Transfer weniger aus. Und für ihn ist der Hauptunterschied zwischen eben Lernbehinderung und regulärer Schule, dass die einen begabt sind und die anderen nicht oder die anderen sind minder begabt. Und das ist sozusagen die Quintessenz. Soziale Bezüge, wie sie dann auch später von Eberwein und vielen anderen Sonderpädagogen aufgegriffen werden. In den 70er Jahren hat es angefangen oder die Sonderschule der Schule der Armen ist, spielen für ihn hier keine Rolle. Wobei die Idee ist, theoretisch, dass der programmierte Unterricht auch soziale Benachteiligungen ausklammern würde, weil die ja alle mitstrukturiert sind und ähnlich lernen. Also daher kann man dieses Argument jetzt vielleicht nicht gegen programmierten Unterricht an sich ziehen, aber zumindestens noch mal hier ein Verweis auf seine Vorstellung des Behindertenbegriffs. Dann nimmt er sogar an, dass wenn ich den programmierten Unterricht habe, in kürzerer Zeit mehr bewältigen kann und die gleichen Lernziele erreichen kann. Also das ist, glaube ich, eine Vorstellung, die so in heutiger Zeit so nicht mehr unterschrieben wird. Also strukturierte Lernkonzepte führen zwar dazu, dass ich gut diese Grundlagen habe, aber dass ich dann durch die kleinere Strukturierung schneller und besser lerne, wie wenn ich andere Wege der Vermittlung wähle, würde ich so jetzt nicht unterschreiben. Ich komme eher sicherer an mein Ziel. So würde ich das zustimmen. Und neben dem, dass es eben auch viele andere Elemente gibt, dass die Struktur auch nicht immer zur Personenfähigkeit passt und dann natürlich retundante Übungen sogar einen negativen Effekt haben. Also das muss man hier sozusagen auch sagen. Er als Fan des programmierten Unterrichts sagt dann aber, ich entlaste den Lehrer und ich kann natürlich nicht nur programmierten Unterricht machen, sondern ich habe auch immer Kern- oder Kursunterricht. Sprich, das eine ist programmiert und das andere sind dann freie Projekte zum Beispiel in irgendeiner Form. Und der programmierte Unterricht ist grundsätzlich nicht geeignet, in den Rahmen des Gesamtunterrichts eingespannt zu werden. Es ist aber auch noch in anderer Hinsicht begrenzt. Viele wichtige Bildungsinhalte sind faktisch oder grundsätzlich nicht programmierbar. Also er sieht sozusagen auch schon das Projektunterricht oder andere Inhalte. Es sich einerseits nicht lohnt und andererseits es auch gar nicht geht, dass man diese Inhalte auf diese Art und Weise vermittelt. Und dann geht er auf die Kritiker des programmierten Unterrichts ein. Es kann also keine Rede davon sein, wie manche Überängstliche meinen, der programmierte Unterricht zukünftig das ganz schulpädagogische Feld beherrschen würde. Es wird begrenzt sein auf jene Gehalte, welche von überörtlicher und überzeitlicher Struktur des systemischen Erarbeitens bedürfen. Vor allem als im Bereich der Techniken, Lesen, Rechtschreiben und Rechnen und des Sachunterrichts. Und dann geht er sogar so weit, Erdkunde, Naturkunde und Geschichte könnte man ja vielleicht programmieren. Also da würde jetzt jeder moderne Didaktiker natürlich eindeutig widersprechen. Aber er in der Hinsicht im Jahr 1964 sieht diese Inhalte als durchaus programmierbar an. Generell empfiehlt Klauer jetzt am Ende des Buches, dass es eigentlich zur Behandlung von Schulunreife, Gliederungsschwäche, Konzentrationsschwäche, Intelligenzschwäche, Höhe- und Sehleistungsschwäche, Farbauffassungsschwäche und verschiedenen Formen von Sprachstörungen wenn solche Lehrgänge möglich sind. Insbesondere im Bereich der Heilpädagogik findet er es, dass durch die Überwindung der schulischen Minderleistung mithilfe von remedialen Programms kann manche unechte Sonderschüler von der Umschulung bewahrt werden, weil die Tragfähigkeit der Volksschule erhöht worden ist. Dies kommt auch der Sonderschule und ihren Schülern zugute. Trotz oder im Rahmen ihrer Behinderung können Sonderschüler durch geeignete Bildungsprogramme ein höheres Maß an Bildung erwerben. Sie sehen also hier dieser kompensierende Faktor. Die Grundschule kann, indem sie programmierten Unterricht standardweise sozusagen einsetzt, fürrechnen. Eben Leute, die vielleicht fehlerhaft diagnostiziert werden. Das war die damalige Vorstellung. Das Problem war, die Sonderschule war voll mit eben bildungsbenachteiligten Leuten. Aber wenn ich einen IQ-Test mache, dann würde ich sagen dreiviertel oder vielleicht die Hälfte der Leute hat eben diesen schwachen IQ. Und die anderen Schüler, die ja nur wegen Bildungsbenachteiligung dort waren, die waren ja die Unechten, die ja die normale Grundschule nicht wollte. Das ist übrigens ein Problem, was wir auch in heutiger Zeit theoretisch auch so in der Form haben. Wir würden es nur nicht mehr so bezeichnen. Aber die grundsätzliche Frage, wer gehört in eine Förderschule? Gehört da überhaupt jemand hin? Die hat man da immer noch. Er beantwortet die Frage somit, dass er aus der damaligen Zeit diese zwei Schularten braucht, weil die Idee war ja, ich habe sozusagen einen schwachsinnigen Hypothese. Das bedeutet, dieses Lernen ist sozusagen nicht veränderbar. Und wenn ich sozusagen anders bin, dann brauche ich auch einen anderen Lehrgang. Und das eben würden wir heute auf jeden Fall widersprechen. Das ist aber seine Abschlussthese, warum dieser programmierte Unterricht so gut ist. Und wenn Sie sich jetzt aktuell anschauen, wie der aktuelle Unterricht gemacht wird, dann sehen Sie auch immer wieder Elemente, die sehr stark strukturiert sind, die einzelnen Gänge sind. Und wenn ich einen Wochenplan zum Beispiel baue, dann ist es durchaus die Frage, ist es eine Art programmierter Unterricht oder wie viel Selbstwahl habe ich, wie viel Selbstbeteiligung habe ich oder nicht? Und da muss man dann schon sagen, natürlich tut Strukturierung vor allem bei Übungsphasen immer gut. Und das war das, was der programmierte Unterricht sehr stark betont hat, sogar viel zu überbetont hat. Aber wie immer ist sozusagen auch ein wahrer Kern dran, weil ich brauche gute Übungen und Strukturen, die anregen. Die Frage ist aber immer nur, wann wird eine Übung retundant und wann nicht? Und das ist genau auch das Problem, das wir in der heutigen Zeit da immer noch haben. Genauso wie auch nur Transfer oder nur weiteres Denken einem dann irgendwann nicht mehr weiterhilft, wenn der Lehrgang nicht strukturiert genug ist oder man nicht weiß, auf welche Ziele man arbeitet. Und so, egal wie ich diese Medaille von welcher Seite ich aus betrachte, habe ich immer wieder diese selben Grundfragen in der Didaktik, die Klauer hier in dieser Form beantwortet. Ich hoffe, Sie hatten damit einen Einblick, haben Lust auf diese spannenden Werke auch aus den 60er Jahren bekommen und ich konnte Ihnen mit diesem kurzen Video eine Anregung geben. Falls Sie Fragen haben oder Kommentare zu dem, hinterlassen Sie die gerne in YouTube unten in der Kommentarbeschreibung. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Tschüss.